Ich bin hier auf dem Verkehrsübungsplatz Mettmann heute zusammen mit ein paar Kollegen, denen ich das Autofahren beibringe. Da ihr ja mittlerweile auch wisst, dass Fahrschule sehr teuer ist, haben wir uns entschieden hier hinzufahren, was einfach viel preiswerter ist. Die Fahrschule ist mittlerweile 50-60 Euro, das lohnt sich schon dann hier vorbeizukommen und das Fahren zu üben. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt hier am Berg anfahren, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten einzuparken, rückwärts, seitwärts. Ihr habt hier gerade Strecken, Ampelanlagen, also das komplette Spektrum. Ich würde jedem empfehlen, hier vorbeizufahren und mit seinen Kids, Kollegen, Freunden einfach hier ein bisschen Spaß zu haben und sich das Geld von der Fahrschule zu sparen.